Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Foliensatz. Ich glaube wir sind schon am dritten Foliensatz. Ich nehme das heute mal auf meinem großen Windows-Rechner auf. Deswegen haben wir hier so ein tolles Symbol, mit dem ich das Ganze beenden kann. Zumindest die Präsentation ist auch total egal. Heute soll es um Kontrollstrukturen gehen und das Lustige ist, wir haben die Folien überarbeitet, haben zwei Foliensätze Kontrollstrukturen gemacht, aber irgendwie die Titel der einzelnen Folien nicht verändert. Deswegen steht hier jetzt nur Kontrollstrukturen und nicht Kontrollstrukturen 1. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was sind Kontrollstrukturen? Und eigentlich darf ich die Folie wahrscheinlich nicht zu lang zeigen aus Copyright-rechtlichen Künden. Aber wir wissen, dass C eine sequenzielle Programmiersprache ist. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit, irgendwie in unserem Programm, was abläuft, gewisse Unterscheidungen zu treffen und das zu kontrollieren, wirklich was geschieht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So wie hier bei diesem Friendship-Algorithm, den sicherlich der ein oder andere von euch kennt. Also wir haben hier, okay, wir rufen jemand an, fragen uns, wenn er zu Hause ist, ja, dann fragen wir diese Frage. Ansonsten, okay, dann fragen wir natürlich nichts, weil er nicht annehmen wird. Und das ist die erste Möglichkeit überhaupt, so einen Kontrollfluss zu, ja, irgendwie verzweigen. Genau, ich sage mal verzweigen. Ich glaube, ich heiße Brunch auch auf Deutsch. Und das wollen wir heute machen, das ist die kleine Motivation dazu. Vorher geht es aber eher um, ich muss sehen, wo ich die Maus halte, eher ein bisschen Theorie. Und zwar haben wir im letzten Foliensatz ein bisschen was zu Expressions gehört, also zu diesen Ausdrücken, diesen Sachen, diesen Statements, die wir schreiben können. Und da hatten wir gesagt, jedes Statement hat einen Wert. Jetzt können wir durch Operatoren, also durch Plus, Minus, Mal, Geteilt und Modulo, das gibt es jetzt die Möglichkeit, diesen Wert in einen anderen Wert zu wandeln. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen, hoffe ich. Und jetzt haben wir zusätzlich Wahrheitsoperatoren, beziehungsweise relationale Operatoren. Was sind das für komische Geräusche hier? Haben wir relationale Operatoren, die uns quasi ermöglichen, Wahrheitswerte aus Expressions, also aus Statements, aus was auch immer, zu generieren. Wir können prinzipiell jede Expression, jeden Ausdruck, genau, jeden Ausdruck evaluieren zu einem Wahrheitswert. Das muss halt nur an der richtigen Stelle stehen im Code und schon ist es ein Wahrheitswert. Wahrheitswert heißt wahr oder falsch. Und wenn wir einen Wert haben, der, also zu einer Zahl ausgewertet, einen Null ergibt, dann ist das immer der falsche Wahrheitswert. Und wenn wir einen Wert haben, der nicht Null ist, dann ist das immer wahr, also der wahre Wahrheitswert. Kann man das so sagen? Sicherlich. Wir können falsch und wahr, also true und false, also false und true auch als Null und Eins darstellen. Und wir haben hier, und jetzt gehe ich wirklich auf die Folien ein, hier, so tolle Operatoren wie kleiner gleich, größer gleich und da merken wir schon, was das letztendlich zu bedeuten hat. Es geht natürlich darum, Sachen miteinander zu vergleichen. Und wenn wir zwei Werte haben oder zwei Expressions, die wir miteinander vergleichen, mit einem kleiner gleich oder mit einem größer gleich, dann kann da eigentlich nur wahr oder falsch rauskommen, weil das ja klar ist, um jetzt mal zu zitieren, weil das ja klar ist, denn wenn wir fragen, ist der etwas kleiner oder größer, dann kommt da halt ja oder nein raus. Das ist halt eine Ja-Nein-Frage. Entsprechend können wir das für kleiner als, größer als, kleiner gleich, größer gleich, das wird hier, auch wenn das aussieht wie ein Pfeil, eben mit zwei Zeichen gelöst in C. Und dann haben wir ein gleich, das wird mit zwei ist gleich und ein nicht gleich mit einem Ausrufezeichen ist gleich gelöst. Die Frage ist jetzt, warum wird das gleich nicht mit einem ist gleich gebildet? Das wäre doch viel logischer. Ja, aber, komme ich gleich noch zu? Aber, okay, ich kann hier an dieser Stelle schon mal sagen, das gleich wird deswegen nicht mit einem ist gleich gebildet, weil das eine ist gleich dieser Zuweisungsoperator ist, dieser Assignment-Operator. Und deswegen brauchen wir hier was anderes. Stellt euch folgenden Code vor. Imagine the following. 5 kleiner 7 ist gleich 1. Wird zu 1 ausgewertet. Warum? Hä? 5 kleiner 7 ist doch nicht gleich 1. Na ja, was passiert hier letztendlich, wenn wir 5 und 7, also 5 ist jetzt eine Expression, die zu 5 ausgewertet wird und 7 ist eine Expression, die zu 7 ausgewertet wird. Wenn wir das Ganze durch einen kleiner als verknüpfen, dann wird da eine Wahrheitsexpression draus, also ein Ausdruck, der quasi auf wahr oder falsch ausgewertet wird. Entsprechend 5 ist kleiner als 7, also ist der erste Teil hiervon definitiv true. Und dann wird nur noch verglichen, ob true gleich 1 ist. True und 1 lässt sich aber nicht vergleichen, weil das nicht vom gleichen Typ ist, beziehungsweise true wird in C dargestellt als eine 1 und entsprechend ist 1 gleich 1. Deswegen ist diese komplette Bedingung, also dass 5 kleiner 7 in Klammern gleich 1 ist, wahr. Steht hier jetzt noch, 1 ist gleich 1, true, deswegen 1, genau. Und jetzt zu den eigentlichen Sachen, beziehungsweise zu dem, was ich eben schon angemerkt hatte. Wir können, wir sollten gleich und gleich gleich nicht verwechseln, denn das einfache gleich ist ein Zuweisungsoperator, der einer Variable, die wir erstellt haben, einen Wert zuweist. Allerdings kann dieses komplette Statement, und ich glaube, das hatte ich vielleicht schon vorweg gegriffen im letzten Video und das hatte ich schon erwähnt, kann dieses komplette Statement auch evaluiert werden und als Wahrheitswert letztendlich gelten. Es kann aber auch nicht nur als Wahrheitswert gelten, sondern auch als Wert an sich. Und möchte ich meinen, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Wichtig für uns ist jetzt dieser Wahrheitswert, dass wir sagen, quasi C ist gleich 0. Okay, damit weisen wir C den Wert 0 zu. Auf der anderen Seite, wenn wir das Ganze hier jetzt aber überprüfen würden, dann würde das Ganze als falsch ausgewertet werden. Dann können wir auch sagen, C ist gleich 2 mal 5. Hier ist jetzt die Frage, okay, C ist nicht 0 und nicht 1, aber wir hatten ja gesagt, 0, also false wird als 0 dargestellt, 0 wird als false dargestellt, so. Und alles, was nicht 0 ist, ist automatisch true. Also haben wir hier ein C ist gleich 10 und das ist true. Hier haben wir eben ein C ist gleich, oh, 0 ist kleiner 1, ja, also ist C gleich 1. Das steht ja auch im Kommentar hinter. Also wird das Ganze zu true ausgewertet. Und für manche Leute, ihr könnt euch ja mal überlegen, was das hier bedeutet. Wir haben ja C, das ist 1. Sonst D, das ist, Moment, D gibt es gar nicht. Warum haben wir D hier rausgenommen? A und B gibt es auch nicht. Naja, ist auch egal jetzt an dieser Stelle, aber sowas hier kann man auch tun. Wichtig an dieser Stelle ist noch, wenn wir Sachen verwenden, also diese schönen Synthetic Sugar hatten wir es, glaube ich, genannt, auf der letzten, auf dem letzten Foliensatz, das C++ und das C++ C, wo ich noch nicht verraten wollte, möchte ich meinen, ob das, also was da der Unterschied jetzt ist. Es gibt einen Unterschied. Und zwar, wenn wir dieses, also diesen Ausdruck direkt als Zuweisung nutzen, dann gibt es den Unterschied zwischen, das C++ steht hinter dem C und das C++ steht vor dem C. Denn, wenn das++ hinter dem, hinter der Variable steht, oder das Minus Minus halt genauso, dann wird es erst ausgeführt, nachdem alles andere passiert ist in diesem Statement. Also das gesamte Statement, also das++ wird erstmal für das gesamte Statement ignoriert. Hier steht quasi nur int a ist gleich C und danach wird C inkrementiert, also plus 1 gerechnet. Sieht das Ganze andersrum aus, dann wird erst C plus 1 gerechnet, also wenn man es davor steht, und dann sozusagen der Wert, der da rauskommt, mit dem wird diese Expression ausgewertet. Entsprechend wird hier B, also in diesem Fall wird A gleich 42 zugeordnet und dann wird C inkrementiert, also C ist dann 43 und in diesem Fall wird C erst inkrementiert, ist entsprechend 44 und dann auch B zugewiesen, das heißt B und C sind letztendlich das gleiche oder haben den gleichen Wert. So viel dazu. Jetzt haben wir die logischen Operatoren noch, die uns auf Bitebene, so ein, nee, nicht auf Bitebene, die uns ein paar tolle Sachen erlauben und zwar erlauben die uns mehrere Überprüfungen, größer, kleiner, kleiner, gleich und so oder nicht gleich, aneinander zu kapseln, nee, nicht zu kapseln, aneinander zu ketten, genau. Und zwar haben wir die Möglichkeit, mehrere Bedingungen durch ein und miteinander zu verknüpfen oder durch ein oder oder durch ein nicht, na gut, durch ein nicht verknüpft man sich, aber durch ein nicht kann man das Ganze umkehren. Das heißt, wir können mit dem doppelten kaufmännischen und oder m% wie es im Englischen heißt, ein und ausdrücken, mit dem doppelten Querstrich, was wir mit strg, alt und kleiner gleich hinbekommen auf einer normalen Windows-Tastatur, können wir dann oder ausdrücken und mit einem Ausrufezeichen können wir not ausdrücken und das Ganze wird in dieser Reihenfolge hier ausgewertet. Also, am stärksten bindet ein Ausrufezeichen, dann kommt das und und dann das oder. Die Frage ist jetzt, die ihr euch in den nächsten drei Sekunden selbst beantworten könnt, wie kriegen wir jetzt ein NAND, ein NOR oder ein XOR? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann müsst ihr es wahrscheinlich auch nicht ausprobieren oder müsst euch die Frage nicht beantworten. Natürlich, indem wir die ganzen Sachen verketten miteinander, indem wir sagen, okay, wir haben INT A und B und wir verknüpfen A und B jetzt UND und dann stecken wir ein Ausrufezeichen davor und sagen NICHT UND. Entsprechend gilt das Ganze für ODER und ein XOR ist gleich, na ja gut, XOR hat was mit NICHT gleich zu tun, ne? Wenn A und B unterschiedlich sind, dann hat man letztendlich auch ein XOR. Und jetzt kommt der eigentliche Teil, beziehungsweise jetzt kommt der Teil, wo wir das Ganze anwenden können, was wir bisher so gelernt haben und zwar die IF-ELS-Blöcke oder die IF-ELS, ja, wie sagt man, Schlüsselwörter? Keine Ahnung. Also es geht jetzt wirklich um Conditions und um diese Kontrollstrukturen und zwar gibt es die Möglichkeit in C zu sagen, ich möchte an dieser Stelle eine Variable auf einen gewissen Wert überprüfen oder ich möchte überhaupt etwas überprüfen und wenn diese Überprüfung wahr ergibt, also wenn diese bestimmte Kondition, diese bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann soll etwas anderes geschehen, als wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist. Und das machen wir mit IF, mit dem Schlüsselwort IF, dann sehen wir hier schon Leerzeichen, das können wir machen, müssen wir aber nicht, sollten wir aber und dann in Klammern diese Bedingung. Als Bedingung kann alles rein, das steht hier, Statement 1 is only executed if truth value of condition is true. Also diese Bedingung ist einfach irgendwas, was letztendlich als Wahrheitswert ausgewertet werden kann und wenn dieser Wahrheitswert wahr ist, dann wird Statement 1 ausgeführt, ansonsten wird Statement 2 ausgeführt. Deswegen haben wir hier ein else. Dass das Ganze eingerückt ist, muss nicht sein, tut es aber trotzdem. Warum sollten wir das einrücken? Einfach damit es ein bisschen übersichtlicher ist und weil wir hier unten auch sehen, ah okay, wenn da mehrere Statements stehen hinter einer Bedingung, dann können, also dann können wir das nur realisieren, indem wir diese geschweiften Klammern nutzen und dann haben wir da einen Block und wir haben gelernt in dem Stil, auf der Stilfolie des letzten Foliensatzes, wenn wir Blöcke haben, dann sollen wir auch einrücken. Wir haben also die Möglichkeit, jetzt den Programmflow zu branchen, also den Fluss des Programms zu verzweigen und außerdem haben wir die Möglichkeit, in dieser Verzweigung wieder zu verzweigen. Wir können also auf verschiedene Konditionen, auf verschiedene Bedingungen prüfen und das habe ich hier mal versucht, grafisch darzustellen. Wir haben die Bedingung 1, wenn die erfüllt ist, dann wird einfach Statement 1 ausgedrückt. Wird die nicht erfüllt, können wir aber im selben Atemzug noch Bedingung 2 prüfen und wenn die erfüllt ist, dann wird das zweite Statement ausgeführt. Das ist genau dieser Code, der hier steht, also Condition 1 wird überprüft, ist der wahr, dann wird Statement 1 ausgeführt. Ansonsten, und dann haben wir wieder ein if, was quasi in diesem else steckt, genau genommen und dann haben wir Statement 2. Es gibt aber noch eine elegantere Methode, das Ganze in diese Statements zu stecken, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Variablen auf gewisse Werte zu überprüfen. Also wenn wir jetzt als Condition, als Bedingung beispielsweise in diesem Fall hätten, wenn, nehmen wir mal an, wir haben ein Programm, in dem wir uns einfach eine Zahl zwischen 1 und 4 ausgeben lassen. Ne, einlesen lassen. Okay, also der Benutzer muss eine Zahl zwischen 1 und 4 einlesen und dann überprüfen wir. Wenn diese eingelesene Zahl 1 ist, dann tu folgendes. Wenn diese Zahl 2 ist, dann tu folgendes. Wenn diese Zahl 3 ist, dann tu folgendes. Ansonsten, huch, tu Statements 4. Das Ganze können wir besser machen, indem wir ein Switch Case nutzen und das ist wieder etwas Neues, was wir hier dazu lernen. Und zwar sagen wir, wir nehmen hier ein Switch. Switch hat was mit Wechseln zu tun. Okay, also wir gucken also, was mit einem Schalter eigentlich zu tun ist. Wir überprüfen immer die gleiche Variable an dieser Stelle und sagen dann Case. Also es gibt den Fall, dass die Variable folgendes ist, Option 1. Also wir würden hier an der Stelle die Input Variable hinschreiben und hier sagen Case 1, Case 2, Case 3. Dann würde hier quasi stehen, also genau das gleiche wie auf der vorherigen Folie, wenn der Fall eintritt, dass diese Variable 1 ist, dann soll Statement 1 gemacht werden, ausgeführt werden. Ansonsten, wenn die Variable 2 ist, dann soll Statement 2 ausgeführt werden. Genau genommen ist das jetzt ein bisschen was anderes als dieses If-Else, denn dieses Case definiert genau genommen so ein Sprung-Label, so eine Sprung-Marke. Dementsprechend ist es möglich, hier auch mehrere Statements hinter dieses, hinter diesen Doppelpunkt zu schreiben, ohne einen Block zu nutzen. Also wir haben hier einmal geschweifte Klammern in dem Switch, aber ansonsten müssen wir hier keine geschweiften Klammern nutzen. Allerdings müssen wir das Ganze mit einem Break beenden. Warum müssen wir es mit einem Break beenden? Das ist so designt, denn ansonsten wird nach Statement 1 sofort Statement 2 weiter ausgeführt. Also wenn wir dieses Break hier vergessen, dann kommt nach Statement 1, Statement 2 und erst beim nächsten Break, was dort steht, wird quasi wirklich aufgehört und aus diesem Switch rausgesprungen. Das heißt, wenn das Break dort nicht steht, wird gar nicht erst überprüft, ob es Option 2 ist, sondern Statement 2 wird sowieso ausgeführt. Und wie immer haben wir jetzt noch ein paar Worte und Style. Habe ich vorhin schon gesagt, achtet auf das Leerzeichen hinter dem If, einfach damit man das, damit man diese Kontrollstrukturen von Funktionen besser unterscheiden kann. Wenn ihr einen neuen Block startet, dann solltet ihr auch dieses Leerzeichen da haben. Da habe ich jetzt gar nichts zu gesagt. Wir haben also If, Leerzeichen, in Klammern die Condition. Wenn wir danach einen Block haben, also mehrere Statements, dann ein Leerzeichen, dann ein Leerzeichen an der Stelle. Wenn wir das nicht haben, dann braucht man natürlich auch kein Leerzeichen. Dann steht hier, und das ist sehr umstritten, do not start a new Block for a single statement. Das ist wirklich sehr umstritten. Manche Leute sagen, ja, okay, man sollte, wenn möglich, damit man diesen Fehler nicht macht, also damit man gewisse Fehler nicht macht, sollte man überall Blöcke nutzen. Ich bin der Meinung, man muss nicht überall Blöcke nutzen. Do not put statements and conditions on the same line ist aber jetzt was, was definitiv da ist, also was definitiv so gemacht werden sollte. Okay, also wir haben hier schlechter Stil. Einmal, weil das Leerzeichen nicht da ist, das Leerzeichen ist nicht da, aber auf der anderen Seite steht halt das Statement direkt hinter der Condition noch und das ist nicht schön. So, es sieht an der Stelle, wie gesagt, nicht so schön aus, wenn wir hier nur ein Statement haben und die geschweiften Klammern auf und zu gehen, ist ein bisschen überflüssig und wir haben immer eine Zeile, auf der nur eine geschweifte Klammer steht. Ich finde das nicht schön. Manche andere mag das toll finden. Man sollte aber drauf achten, dass man dann wenigstens eine Leerzeile trotzdem hinter dem eingerückten Statement macht, wenn man keine geschweiften Klammern nutzt, einfach damit man weiß, dort ist das If jetzt vorbei. Der Gültigkeitsbereich dieses If Buddies. Und dann more words und style. Jetzt kommt nämlich noch was ganz entscheidendes. Wenn ihr ein If und ein Else habt und in diesem If weniger Statements oder nur ein Statement und in dem Else mehrere Statements, dann macht am besten überall die Braces, also die geschweiften Klammern. Es hat einfach was mit Konsistenz zu tun. Das If und Else gehört zusammen, deswegen sollen die auch gemeinsam formatiert sein. Und an dieser Stelle tut es euch auch nicht weh, hier eine geschweifte Klammer mehr zu machen, denn die steht ja sowieso auf Zeile des Else. Außerdem sollte man das so machen, wenn ihr ein If und Else habt, dann das Else nicht extra auf eine neue Zeile, sondern hinter die geschweifte Klammer zu. Das sind jetzt Code-Konventionen, die einfach existieren, die immer andere Leute so festgelegt haben. Von meiner Seite aus soll es das jetzt gewesen sein. Ich habe leider irgendwie noch keinen Präsenter für Windows gefunden, PDF-Präsenter, deswegen gibt es jetzt keine schwarze Folie am Ende. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.